hey yo was geht da meine freunde patrick hier am start zusammen mit jannik jo freunde jo und wir nehmen heute eine richtig coole challenge für euch auf freunde wissen wir nicht am fußballplatz aber im hintergrund könnt ihr sehen ist eine tischtennisplatte und ja wir spielen jetzt headis gegeneinander also keine ahnung ob man es so richtig nennt könnt ihr immer gerne kommentieren wie ihr es nennen würdet und ja ganz einfach jannik gegen mich mit ihr soll nicht am start und diese headis challenge habe ich schon mal gegen die meti gemacht verlinke ich euch auch gerne und es wird eine revanche auf jerniks kanal geben auch in der video beschreibung und wenn ihr headis feiert lasst doch mal einen daumen nach oben da wenn ihr sowas noch mal sehen wollt wir spielen jetzt erstmal nur bis 15 weiß ich ob das lange oder kurz ist keine ahnung und werden mal schauen wer besser ist regeln sind ganz einfach an aufschlag sage ich mal anführungszeichen in die eigene hälfte einmal titschen und dann wird ganz normal ausgespielt wir machen nichts mit links oder rechts und derjenige der den punkt gewinn hat der hat auch aufschlag ja und dann spielen bis 15 am ende mit zwei punkten vorsprung lasst einen daumen nach oben da freunde würde uns super freuen und kommentiert doch mal hashtag patrick oder hashtag janik wer der gewinner sein wird viel spaß das zweite video ab geht's so freunde es geht los bis 15 jannik hat aufschlag oder auf kopf oder wie auch wenn ich sagen soll los geht Der zieht auf, komm. Nein! 1-0. Der war viel, der war da hinten. Der war genau an der Kante. Ja! 2-0. Man kriegt das Schwert rückwommen. Jein! 2-1. Sorry! 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 3-1. Ja, Junge! 3-2. 3-3. 4-3. Ja! Der war dran. Sorry. 4-4. Ja! 5-4, Freunde. 5-4. 5-4. Ja! Sorry! 7-6. 7-6. 7-6. Wir haben gesagt, bei 7 machen wir Seitenwechsel. Ja! Der war dran! Ja! Der war dran! 7-7! 5-4! 7-4. 3-4! 1-4! 9-7! Das ist ein Krim. Sehr krim, Jungen. Ja! Noch 3. Noch 3. 13. Ja! Leg mich aufs Hand! Jungs, Kopfbauer und Geheuer! 14. 7. Letzter Punkt, Freund! Ja, Junge! Alter! Seid mal keiner so gut Kopfbälle, was ist los? Freunde, hab ich heimisch geübt. 15. Ihr könnt ja mal raten, was wir grad sehen müssen im Hintergrund. Könnt ihr echt mal raten? Ja! Kommt keiner drauf. Nee, kommt auch keiner drauf. Freunde! Ja, das war's. War einfaches Geschäft für den Yannick. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Checkt die Revanche ab auf Yannicks Kanal. Jetzt muss ich nicht fertig machen, Freunde. Auf jeden Fall. Lasst einen Daumen nach oben da, Freunde. Kommentiert. Wir sind raus, wenn ihr Teil des Sommers sehen wollt. Lasst uns das wissen. Ciao! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao! Bis zum nächsten Mal.